Herzlich Willkommen zurück zu einem weiter zu einer weiteren Folge ähm äh wie heißt es nochmal ähm Kingdoms and Castles genau und wir sind hungrig ein Haushalt hat keine Nahrung das ist blöd das sag ich ehrlich genau und deswegen kommen unsere äh kommen keine Typen mehr unsere Unterland vorne in der Taverne das ist schon mal auch so ein Punkt das könnte ich doch machen oder waschkönschger wow es ist ein fettes Teil ich glaube nicht brauche ich einfach dahin oder ja why not nur wie rum muss ich es bauen muss ich es so rum bauen oder muss ich es so rum egal so ähm die haben Hunger was mache ich da jetzt ich kann ja nichts machen oder aber die hauen auch schon wieder rein oder hoffe ich zumindest bitte haut rein ich habe keine Lust auf euch Dankeschön ähm genau Alter wir haben keine Nahrung was soll das nee die kommen auch nochmal ey was ich finde so dass dieses weiß ist ja ganz gut dass sie hier das angreifen na das waren wir mein Dings kaputt ist sich auch blöd shit 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 ja gas für das sind auch so Burgarbeiter was ist Burgarbeiter fehlt so ein bisschen die Erklärung was das alles macht ich glaube Burgarbeiter braucht man schon ok das haben wir auf jeden fall hier warum Steinmetze ok wir haben immer noch Nahrungsengpässe auch wenn wir hier nochmal ein zweites Feld gebaut haben da wollen wir noch was hin ok ja aber es ist ok ist ok ist ok ich habe mein ganzes so gehört aber da das nicht geht man einfach das weg weil dann sind hier weniger Steinbrucharbeiter ich schließe einfach zwei Stück so weil dann haben die anderes andere Sachen zu tun bei Bauern brauchen wir das bauen wir auch das bauen wir auch das brauchen wir auch damit die Leute zufrieden sind weil das Feld brauchen wir auch immer genau ähm aber kann auch mit rechts klick das muss ich gar nicht mal meine Maus benutzen ok also in vier jahren kommt noch mal Wikinger und in sechs jahren kommt noch mal ein drache und der drache der wird rein schauern die Wikinger ich glaub die sind nicht mal so äh ähm äh super funktioniert das dinge ist im bauern steuern und das können wir nur hin wenn wir die zufriedenheit erhöhen von diesen leuten die haben die taverne die haben wasser wegen den brunnen und von zugang zu straßen die auch so seine zugang zur straße und vorläufig erstmal weil ich baue um einen gutshofe und dann brauchen die hat nur ein kontinuieren zugang zur straße also wir brauchen diese querstraße nicht und hier auch nicht aber egal genau wir brauchen jetzt erstmal zufriedenheit war gerade dann eine coole reihe eigentlich aber die hin das ding ist eigentlich ist das schlau die neben sondern so einem ding zu bauen oder so hier einfach so hin sehr total schlau weil dann haben ja nicht so viele arbeit und so wie die wege zum geht so genau wie viel muss ich da 123 ok sagen wir hier einfach mal so viel stück hin genau die nahrung gefällt mir nicht weißt du gesagt veränderung im letzten jahr plus 13 also anscheinend ist es doch ein plus geschäft warum hunger meine typen ich hätte noch nie hunger probleme tatsächlich was ist das jetzt ach lol ach ja ich kann es so einblenden okay das wusste ich auch noch nicht ist wahrscheinlich auch neu ist es fertig boah die hast du die bar braucht natürlich auch nahrung also die nahrung gefällt mir gar nicht by the way warum ich so ein hier so eine mitte in mit dem platz das ist wegen den windmühlen da wenn ich die mal baue hier rein dann sind die felder halt besser trotzdem würde ich jetzt gerne noch diese schwarzen diesen bevor das land furchtbar okay das heißt ich kann hier mal obstgarten hin machen genau muss ich noch straßen bauen es ist nervig mache ich hier nochmals so das ist denn hierhin das hat um dass ich den jenigen gebaut habe das zeige ich ehrlich vielleicht ändere ich das normal wenn ich hier eine straße ziehen dann kann ich hier einmal ein feld bauen und hier ein feld bauen das heißt ich mache jetzt da anfällt und hier sind verhältn vielleicht reist ihn irgendwann mal ab hungrig nee oh mein gott ich brauche oh mein gott nein ich brauche geld nein oh mein gott die kostet 50 jetzt schon jetzt schon das ist gar nicht gut ob es sich auch noch um tun deswegen geht es nicht schon ich nicht so gut markthändler shit alter oh mein gott als das andere verhungert heizt mal okay alter entwicklung kommen in zwei jahren dicker oh mein gott fuck lol scheiße ich brauche einen friedhof ähm stört es die leute wenn ich einen friedhof nehmen den baue friedhochserter pflegen friedhöfe und werden die kürze die verschwunden und rausstellen wenn es nach einer gewissen zeit der muss scheiße ich kann halt die pest infektion nicht stoppen weil ich keine klinik habe ach die kostet 10 die kostet 10 gold oh mein gott 28 ach du scheiße ich brauche geld ich brauche gold digger fuck 13 13 13 1 stein 8 3 4 15 15 15 15 15 15 15 15 16 alter scheiße gib mir gold gibt mir gold schnell oh mein gott gold 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 du mal kurz pause machen bevor du mir geld verbrauch ich brauche gold erstmal ist das ein hassel weiter gibt mir gold noch zwei kommen noch eins bitte bis mir dankeschön holy shit was so mein gott so ok 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 nein ich kann auch kein scheiß bogen das scheiß ich kann nichts 20 gold als es ist es auf jeden fall das nächste was wir machen vier stück alter kacke oh ja bitte geht einfach alle hier hin das wäre super geil tatsächlich ist so viel helfen da oben ist noch einer was machen sie da einfach hier hin nicht zu mir bitte nicht wieder zwei leute zu mir das ist gar nicht gut aus als ich mal wieder erstmal kühler ärzte auf jeden fall ganz nach oben alter lol das friedrichs werde auch ganz nach oben ja weg weg ja okay eins kommt die anderen drei gehen irgendwo anders hin das ist sehr gut das heißt eins das wird es muss wieder hinkriegen glaube ich müsste er wieder hinkriegen ja macht den ton kaputt ist mir egal ja die ärzte machen es das ist so gut wir haben wir leider schon wieder du mir geld komm gib es mir her gib her nein das ist ja out of money alter die sind schon besiegt sehr schön ach ich war weg oh mein gott wir haben keine steuereintreiber gemacht deswegen das bauen ob sie ärzte friedrichs oder steuereintreiber so ist es auch nicht genau so ist es machen wir haben so ist es machen in einem jahr kommt ein scheiß drache das ist super geil weil aber wir haben alle beerdigt oder wir haben alle beerdigt ja sehr schön das heißt wir brauchen kein dings mehr brauchen wir ich bin auch nicht mehr brauchen wir nicht weg da ein friedrichsferder brauchen wir auch nicht wenn jemand beerdigt werden muss dann brauchen wir es auch nicht das ding ist nur haushaltsvorstand was ist denn das alter das ding ist wir brauchen halt jetzt den berufschützenturm definitiv zumindest den mit braunholz aber der wird auf jeden fall gemacht stein haben wir eigentlich echt genug tatsächlich also selbst wenn wir nur ein besetzen ist es vollkommen ausreichend bei köhler das mal einfach mal zu stehen weil wir haben keine kohle ähm ähm oh jetzt ist wieder wind oh nein äh was mach ich denn da oh ich brauche eigentlich auch nicht überlässchen überlässchen einfach ein braun die waffen kann man dafür okay gut dann hier hoff so je höher der turm ist desto höher ist die reichweite von dem teil deswegen mach ich das so hoch ein bisschen aber das auch jeder am schaffen drach ist da ist aber noch ein kleiner mini drach ist also alles gut der fliegt jetzt straight up zu mir nee tu doch nicht er macht erstmal bei der ki so ein bisschen drama aber jetzt kommt es auch nein habe ich das das muss definitiv eigentlich dahin so ganz hoch der fliegt darüber und habe ich nicht habe ich nicht so flippen ich habe keinen schaden gemacht alles klar man Junge macht der damage was oh mein gott was der macht ein gebäude kaputt und brennt drei nieder oja jaja das nächste was wir brauchen ist auch holz und eigentlich gutshof oder was echt durchgehende attackiert und ich glaube es wird nicht so ein aufbauspiel wie mir wie ich es gewohnt bin dass man einmal um die ganze base rum mauern baut uns gut ist ich glaube es wird echt so ein spiel wo du zürmer einfach so ein brenner wie es so hinbaust dann hier mal so ein turm hinbaust hier mal so ein turm hinbaust ich glaube ich jetzt einfach mal so machen dass ich das erste was ich mache oder das nächste was ich so ein bisschen angehe ist ich habe große nahrung sprechen ist auch neu das ist so ein quadrat ist was und recht dass ich ein maurer bauch und da war ich 45 gold und 10 holz das ding ist ich kann die auch leider eigentlich nicht in bären so weil dann sind für die gast wird er halt das bräuchte wieder friedhofswerder der hat den begriff ich hoffe das grab schon jetzt noch frei brauchen einfach neuen grabstein wahrscheinlich da kommen wir nehmen noch mal geld in die hand und bauen hier in den großen hin auch wenn wir eigentlich das geld nicht haben aber ich glaube es wird drei jahre kommen nächsten wikinger wir haben aber den beruhigen schützen turm das ist schon mal ein fortschritt das haben wir letzt mal nicht gehabt benötigt volles politik alles klar ja wir brauchen mehr holz erst mal stein haben wir echt genug warum wollen wir erst mal auf erscheinern was sowieso ich weiß nicht wir bauen kein stein ab aber trotzdem hammers ist es zwar cool so aber irgendwie weird so das nächste ist was wir tun werden ist den ersten gut zu aufbauen auf 25 geld und 50 holz und wir bauen stein jetzt ganz unbedingt es glaubt kann man darauf bauen ja kann weil die ballisten muss auch fertig werden wir brauchen aber auch kleine hütten wir brauchen echt alles irgendwie es ist wild wir müssen es echt priorisieren wir brauchen mehr leute damit unsere ökonomie besser wird dafür wollen wir einen gutshof dafür wollen wir holz ich glaube wir bauen noch mal kleine hütten noch ich glaube es ist so früh für den gutshof erstmal kleine hütten noch hinbauen ich glaube das ist das beste was man machen kann die straße brauche ich eigentlich gar nicht so dumm dass ich die gebaut habe ich kann sie mir bauen weiter scheiße acht ticket das wollte ich auch nicht machen ich wollte sich abreißen shit holz jetzt aber holz wenn es mal einlagern würden könnte ich auch bauen so baut mir mehr betten das ist wichtig das ist jetzt abgerissen abs blöd na vielleicht auch genau dann brauchen wir noch mal das hier einzeln teil und dann bauen wir uns zähne ballist drauf 25 cash 35 holz wir haben es bald waffen kann man brauchen wir dazu noch zu hart wir können auch keine ballisten bauen dann bauen wir nochmal normalen punkt system drauf das ist auch wurf ja genau mit ihm auch mehr leute das heißt die werden auch hier und besetzt besser das würde ich hier wieder hin genau damit sogar köhler besetzt lol das ist eigentlich auch wurf jetzt kommen wir wieder aber ärzte und wahrscheinlich auch anderes zeug genau genau jetzt brauchen wir erstmal schießt ein feuer schuss der enormen schaden anrichtet kurze reichen lange nach der zeit verbraucht kreuzkel über jeden schuss 25 von diesen schmiedeteile braucht man dafür sein alter und ich wünsche ich hätte noch hier so irgendwie so noch bei dem fehlt hier das ist so gut oder dass ich hier noch mal ein turm hin baue ach so okay es war okay es ist okay es ist okay es ist okay es ist okay so viele kühler brauche ich auch nicht also es ist echt auch schießen so ein paar vorerst ich große schatz kann man jetzt auch so viel zeug gibt es zu einer nahrung aus eigentlich gerade sie boom hat die wichtigen wikinger kommen und ich habe das gefühl dass sie richtig rein schauen werden wenn ich das nicht bau 45 geld brauche ich aber dafür 45 geld brauche ich dafür 45 geld habe ich es okay wikinger greifen an das heißt wir machen hier wieder zu besetzen drei schiffe kommen von da zwei schiffe von von da alles klar ja 24 bei der way meine freunde das heißt es läuft doch eigentlich okay hier sind okay sehr schön hier bekommen zwei auf einmal das ist blöd also hier ist auf jeden fall der kai und die haben auch hier schon getroppt und hier ist auch eine kai definitiv ach und die schauen jetzt rein genau da wollte ich ein turm hin machen weil da kommt die reichweite nicht hin ich werde ja auch kurz raus tun zu den was ist viel ich wollte hier mehr weg gehen durch mal runter vom feld dann laufen wir nicht weg von den typen gehen irgendwo anders hin ja genau geht mal geht man da hin oder so bitte schieß bitte schieß bitte schieß bitte schieß bitte schieß bitte schieß 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 oh mein gott sind das viele oh mein gott sind das viele nicht auf den turm hier die klauen mein geld macht es kaputt macht sie weg 32 gold auch gg alter oh mein gott gg handelsschiffe mein gott ich glaube wir sind safe oder diesen weg diesen weg die machen da ja wir sind gut jetzt es war mehr oder weniger erfolgreich ist nichts abgebrannt wir haben uns geld wieder sehr geil sehr 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 geil das durchbauen auch wieder nicht mehr ich glaube immer aber ein steinbruch weil ich viel kohle haben wir eigentlich ich glaube cola pomme auf jeden fall ja jetzt steine ist immer so egal gibt mir steuern alter gibt mir geld die mir richtig viel geld sehr geil okay alles klar das nächste ist was im bauen ist nicht das waffenkammer das können wir bauen einfach mal mauer ich hoffe dass es irgendwie wenn ich es euch sagen cool ist was ich hier mache ich klatsche den einfach mal hier hin oder ja ich klatsche den hier hin ja so wenig würde ich es auch nicht machen so auf erst auf 70 halten so ich glaube 70 waren es immer so man ist immer ganz zufrieden genau wenn das fertig ist dann kommen die typen auch darauf die idee ist zu reparieren und ich meine wenn ich das so als die letzte tätigkeit sehe die muss auch besetzt werden definitiv immer ich sehe es nicht gern das ist null nahrungs ticket es steht plus 88 gesamtveränderung im letzten jahr aber trotzdem haben wir keine geld haben wir kein essen ist doch blöd blödsinn ist es und wir haben ziemlich holz industrie kasterei wo brauche ich das sind das hat ein wolfsbau ist und er wird irgendwann auch nicht mehr leer sein ähm ich brauche mal die straße lang ja ich wollte einfach mal hierhin damit die köhlerei hier schön arbeiten kann drei jahre kommt der nächste drache das das hier will ich den nächsten turmen bauen oder erstmal hat gutshilfe ballern da brauche ich halt mehr holz hallo guck mal das an wird repariert cool wenn es auf 99 prozent ist dann kann ich ja sagen wenn es auf 100 prozent ist meine ich dann kann ich ja sagen genau maurau weg brauche ich auch nicht mehr heutzutage zumindest nicht mehr friedhof ist auch leer sehr schön ja baarbeiter macht man jetzt das fertig hier bitte ach ich hab's auf äh einfache geschwindigkeit also und das ist also auch wenn es 144 warum ist es auf 0 das ist ein oder andere stand Junge und ich will auch keine neuen felder bauen ich will eigentlich windbüllen bauen weil das sind effektiver dann brauche ich weniger menschen für den gleichen betrag an also für mehr betrag an ernte und ich sehe gerade das ist schon wieder rum die halben Stunde ähm wir sehen uns beim nächsten mal haut rein w e Vielen Dank.